Das ist keine Kunst am Bau. Die Farbbeutelspuren verraten vielmehr, dass die Bewohner dieses Hauses in Halles Innenstadt nicht nur Freunde haben. Genutzt wird die Adam-Kuckow-Straße 16 von der Identitären Bewegung. Die wird als rechtsextrem eingestuft und ist im Visier des Verfassungsschutzes. Und sie beobachtet nun selbst. Dies zumindest lassen die beiden Weitwinkelkameras vermuten, die in der 2. Etage angebracht sind und die Polizei auf den Plan gerufen haben. Denn die private und noch dazu nicht einmal gekennzeichnete Videoüberwachung des öffentlichen Raumes ist illegal. Der Polizei ist bekannt, dass an dem Gebäude in der Adam-Kuckow-Straße Kameras angebracht sind. Wir haben 1. Ermittlungen deswegen getätigt und zeitnah eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, die dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zugeleitet wurde. Der Ball liegt nun bei Harald von Bose, dem Datenschutzbeauftragten des Landes, der die Überwachung untersuchen und die jeweiligen Interessen abwägen muss. Es wird zu prüfen sein, ob es sich tatsächlich um eine scharfe Videoüberwachung handelt. Und natürlich gibt es dann das Erfordernis, die Rechtsprechung zur Beobachtung und Überwachung des öffentlichen Raums mit einzubeziehen. Hier gibt es enge Grenzen. Und es muss natürlich abgewogen werden zwischen etwa Strafverfolgungsinteressen des Betreibers von solchen Kameras, aber auch dem Anspruch der vielen Passanten, unbeobachtet diesen öffentlichen Raum betreten zu dürfen. Private Videoüberwachung des eigenen Grundstücks ist mittlerweile fast alltäglich. Und das Anliegen der Bewohner der Kuckow-Straße sogar nachvollziehbar zu erfahren, wer hier mit Farbbeuteln wirft. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb die Polizei dort vermehrt Streife fährt. Wir ermitteln wegen Sachbeschädigungen, wegen dieser Dinge, die hier am Gebäude passiert sind, Sachbeschädigungen an der Fassade. Und zwar in drei Fällen wurden Anzeigen erstattet. Allerdings, die Identitären sind alles andere als Waisenknaben. Auf ihr Konto gehen z.B. fremdenfeindliche Aktionen wie der Anschlag auf ein Wahllokal im März 2016 in Halle. Eingestuft als politisches Objekt bestreift die Polizei das Zentrum der Identitären zukünftig mit Vorrang. Die Gruppe selbst wiederum hat der Verfassungsschutz im Visier. Der Staat hat also ein Auge auf die Kuckow-Straße 16, so oder so.